ja zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu command and conquer der tibirium konflikt remastered edition auf seiten der nord ganz genau liebe leute und wir waren beim letzten mal haben wir mission 9 keine gnade abgeschlossen und dann geht es jetzt weiter schon in mission 10 also es ist nicht mehr viel und da haben wir jetzt wieder zwei auswahlmöglichkeiten die die er entwickelt einen neuen schweren panzer oder ein orbital waffe finden sie die basis und eliminieren sie die wissenschaftler mit hilfe des scharfschützen oder finden sie das zentrum und greifen sie es an nehmen sie ihr kleines überfallkommando acht ja gut kommt immer dati so okay gut eine sneaky mission wieder das hier ist tibirium einige sagen es sei die wurzel all unsere kämpfe doch der weise mann bildet sich sein eigenes urteil tibirium ist nach dem italienischen fluss tiber benannt wo es zum ersten mal gefunden wurde gefunden von der bruderschaft und seinen namen gab ich ihm nach tibirius dosus caesar es gibt heute mehr als zweihundert gebiete auf der welt in denen tibirium lager entdeckt wurden tibirium scheint sich von selbst auszubreiten fortbewegungs methode ist unbekannt euch unbekannt dr möbius unsere zuschauer wollen wissen was genau ist tibirium denn nun wirklich ja ja also molekulär ist es ein nicht auf kohlenstoff basierendes element das offenbar starken ganz klar verrückter sowie eine nicht resonante unkehrbare energie mit dem hang kohlenstoff basierende molekular strukturen zu zerstören mit inkonsequenten und ungleichen positronen im orbit auf dem ersten zweiten und neunten quarkrie wow ist das gut oder schlecht sagen wir mal so erliegen die möglichkeiten von tibirium sie grenzen das wiederum ist völlig richtig wir wissen jetzt dass tibirium nicht nur den boden spuren elemente entzieht sondern offenbar auch bei der pflanzenwelt lebenswichtige mineralien schmarotzt kontakt ist für menschen extrem giftig und endet oftmals tödlich vermeiden sie ihn um jeden preis da hat sie recht achten sie also auf ihre truppen die gd und die bruderschaft beurteilen nutzen und gefahren des tibiriums unterschieden die anderen sehen nur eine laune der natur eine kuriosität ich aber sehe die zukunft in ihrer verblendeten ignoranz verbauen sie mir diese zukunft irgendwo gibt es hier ein streng geheimnis forschungslabor der gdi unter leitung von dron schank einem brillanten aber fehlgeleiteten wissenschaftler wir befürchten dass er sich mit der entwicklung einer verheerenden neuen jodenwaffe befasst nun du wirst dieses labor für uns finden und den guten doktor ausschalten bevor seine forschung und früchte tragen sobald du vor ort bist kann einer deiner scharfschürzen den job erleben das tibirium schmarrotzt also interessant ja 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 okay eliminieren sie den wissenschaftler scheiße hier kommt direkt zieh die meier rein da kommt schon die schrauber direkt weg machen die scheiße ach du scheiße ja toll jetzt habe ich direkt mein kommando verloren scheiße arg arg okay gut egal ähm gut leute dann ja gehen wir das jetzt mal an also wie gesagt wir haben rausgefunden dass tibirium schmarotzt ist ein schmarotzer und der wissenschaftler alter schwede was haben wir denn da unten der wissenschaftler der war schon krass krass nerdig aber gut ist halt so gut dann machen wir den jeeps hier die dorfbewohner platt so einfach an kaputt hier so zack so helft ihr mal alle bitte oh wir haben flammenwerfer manniken ja geil sehr schön sehr schön so ihr sollt alle helfen so ich weiß nicht ob das hier der richtige weg ist wie ich das hier mal ach du scheiße okay komm komm mal rein so so ja der der hilft noch ein bisschen sehr gut ich muss wissen was hier los ist heute das kann doch nicht wahr sein ach du scheiße da kommt er schon wieder mit irgendwelchen angriffen äh hier ist nur ein dorf hier ist gar nichts was zur hölle hier ist ja gar nichts leute äh okay scheiße jetzt ist schon wieder mein kommando weg ist jetzt nicht euer ernst oder dass ihr immer mein kommando fokust hier das kann doch nicht wahr sein so gut egal dann artillerie einmal da rein schießen so putz ey das ist ja wohl nicht wahr was ist los mit euch hier so dann habe ich jetzt halt kein kommando mehr was soll der Geiz so und ja Cain hatte das auch nochmal erklärt gehabt äh wir sollen nicht ins Tiberium mit dem Mannigen das ist richtig die werden sterben und ja dann habe ich jetzt keine Ahnung ähm und ich hier wache das ist verdammt okay weitere Dorfbewohner hier platt machen zumindest schon mal so ach du heilige so ja äh toll so ein Panzer jo natürlich natürlich ein Panzer ey ist hier nicht irgendwo eine Kiste oder so das kann doch nicht wahr sein dass hier keine Kiste ist eh überall Dorfbewohner die hier platt machen können okay was kommt jetzt was kommt jetzt Leute ja mach den weg so einfach drüber fahren oder keine Ahnung einfach drüber fahren so gut Leute dann wir müssen Wissenschaftler platt machen die Frage ist wo sind die ja klar noch ein Panzer ach so gut dann bin ich gespannt wie das hier weiter geht ey meine Einheiten werden immer weniger ach Mensch die werden immer weniger so ich hab halt gar nichts mehr scheiße man was ist da oben in der Kirche ist da oben vielleicht eine Heilkiste oder so so was ist gar nichts verstehe ich schon Leute verstehe ich schon aber wo sollen denn hier Wissenschaftler sein hä ach du scheiße da sind noch mehr ja toll da hab ich jetzt bald echt nichts mehr ja pfff was ach du scheiße was ist das denn für eine Mission okay gut also unten rechts ist äh Dead End dann weiß ich das schon mal ja oh man okay gut nehm ich mir die Jeeps hey nicht auf deinen eigenen schießen hier so okay gut ich nehm mir die 3 Jeeps gut ziehe alle mal hier rein oder auch nicht so da kommen die 5 Grenadiere da so sicher den ey so ach du heilige wie soll ich das denn machen weißt du was ich nehm mir jetzt mal die Jeeps mit und nehm mir den erstmal mit so machen die Jeeps den Jeep hier platt und der der macht die platt so und hier zack nicht der Blechhaufen bist du ja ja so alles klar oh man okay gut dann mach du die platt so und zack und zack genau so ist es alles eine Frage der Spezialisierung so so ach du heilige ja ja okay okay dann so den machst du die platt da so dann der nette Blechhaufen ja der Grenadier wegmachen so dann kann ich meine Einheiten ja hochziehen so Leute die Frage ist wo sind die Wissenschaftler dann mach mal die ganzen Typen hier weg so so du 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 nein ach ihr seid doch bescheuert jawohl verdammte Kacke nochmal so so ja toll äh das ist eklig äh gut ähm Mr. Watt macht eben auf dem Panzer da platt so so Spurz 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 und weg damit so sehr gut dann können wir hier weitermachen mit dem Tja liebe Leute dann freue ich mich dass wir mal wieder hier dabei sein beim guten Eindruck von der Conquer Remastered und äh jo die wir jetzt hier hoffentlich mal weiterkommen so speichern das mal Mission 10 Mod ich weiß gar nicht wie viele Missionen es hier gibt von den Mods so da ist noch ein Raketentypi okay mit der Blechhaufen so Leute äh da ist der Panzer da ist der Panzer okay was zur Hölle okay gut dann die beiden Gummipanzer die können den platt machen so echt hallo 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 was zur hallo na toll nein oh Gott so blöder Panzer oh schaut mal da da kann man hier da kann hier das Menü auf und zu machen cool auf den muss ich aufpassen ey wirklich auf den Kommando nochmal so hier gehts rein ne hier gehts auch noch rein ne schaut mal da ab ah C4 Sprengstoff ja ja kleines Geschenkchen hier netter Blechhaufen ja das ist ein GDI Typi okay so ich glaube da müssen wir nämlich da hin mach die mal alle platt hier die Sachen zack zack oh shit nein uff Moment mal, hier war doch ein kleines Schlupfloch. Na gut, dann. Ach genau, wartet mal. So, hier ist eine Basis. Wir müssen ja nur Wissenschaftler platt machen hier, ne? So, können die da drauf schießen? Die können da drauf schießen, das ist schon mal gut. Moment, speichere das Ding erstmal. So, weil dann kann ich nämlich die Mauer hier kaputt schießen. Ach du Scheiße, ey. Ja klar, Scheiße, Mann. Gut, ähm, dann. Nein! Flammenpanzer, kommt mal her. Feigling. Geht ja einfach auf meine Artillerie drauf hier, so. Alter Schwede, es hört doch mal auf. Ich hab fast nichts mehr. Oh, wann? Fast keine Einheiten mehr hier. So, hier platt machen. Dann können wir da nämlich schon in die Basis rein. Was denn jetzt schon wieder? Ja, fahr doch alle platt. Mein Gott, ey. Er fährt alle platt. In Ordnung. Ja, da muss ich jetzt gucken, wie ich hier reinkomme. Scheiße. So. Boah, wie viel das Radar aushält. Das muss doch irgendwie klappen hier. Jawohl, Sir. Ach, fuck. So, gut. Äh, egal, glaube ich. Jawohl, Sir. Äh. Äh. Na komm. Ja. Sobald's nur Maniken sind, ne? Solange das nur Maniken sind. Wo sind die Wissenschaftler hier? Äh. Hier sind keine Wissenschaftler? Ja. In Ordnung. Hier sind keine Wissenschaftler drin. Och, nö. In Ordnung. Ja, toll. Ah, jetzt sind hier Verstärkungen gekommen. Einheit verloren. Wo sind hier Verstärkungen? Einheit verloren. Äh. Ja? Wo? Wo sind die Verstärkungen, Leute? Ja, toll. Ich hab ja so zwei Panzer. Oh, Mann. Ich dachte, die Wissenschaftler wären hier in der Basis. Wartet mal. Finden sie die Basis? Hier finden sie die Wissenschaftler mit Hilfe des Scharfschützen. Jawohl, Sir. Ja, aber was denn für Wissenschaftler? Hier sind doch keine. Oder Billen. Ne. Wartet mal. Wo sind die denn? Wo sind die denn, sagt mal. Stetig. So. Jetzt baut er natürlich Manneken ohne Ende, ey. Mann. So. Hör doch mal auf zu bauen. Blöde Manneken. Alter. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß nicht, wo die sind, Leute. Scheiße. Ach, schon wieder so eine komische Mission. Also wirklich, also. Gut. Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr auf meine Einheiten achten hier. Finden sie die Basis und zerstören sie die Wissenschaftler. Ja, toll, aber. Ich habe die Basis gefunden. Aber da sind keine Wissenschaftler drin. Einfach hier alles platt machen, oder was? So. Einfach hier putzen, oder was? Einfach das Dorf hier platt machen. Das kann auch sein, aber. Putz. So. Finden sie die Basis und zerstören sie die Wissenschaftler. Ja, ja, äh, keine Ahnung, wo die sein sollen, ja. Wartet, wartet mal. Unser Spielung berichtet von einem großen See in der Nähe des Forschungszentrums. Das hier ist doch der große See. Einheit verloren. So. Na toll, ein Panzer ist weg. Na super. Oh Mann, ey. Na gut, dann soll er jetzt mal mit seinem Jeep kommen. So. Ich habe jetzt zwei Flammenpanzer, mit denen mache ich hier alles in Schutt und Asche, ey. So. Da kommen gleich irgendwo auch nochmal Verstärkungen. Na. Ah. Ja. Dann macht ihr die mal weg da, los. Die ganzen Leute hier. So. Dann machst du mal bitte das da im Arsch. Ojojojojojojojojojojojojojojoj. So. Okay. So, und da jetzt? Ja gut. Nein. Ach. Artillerie. So. So, dann war das schon mal abgewährt. Ja, und? Scheiße. Muss ich das echt die ganze Basis hier mit platt machen, oder was? Schieß doch. So. Ich weiß nicht, wo die Wissenschaftler sein sollen, ey. Ach genau, in dem Kommande Conquer war es ja so, dass man die Zäune hier nicht platt machen kann. Stimmt, ey. Wo sind diese Wissenschaftler? Ich sollte ja nur eine Basis finden. Nein. Nein. Ach, Mann, ey. Toll. Na gut, dann muss ich jetzt echt hier taktisch vorgehen. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Leute. Verdammt nochmal. So, dann mach du mal, schießt du mal da drauf, da. Genau. So, da kommt jetzt der Schieb. Ach, Mann. Ja, dann ist das jetzt meine letzte Einheit hier, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Kommt da noch mit noch mehr Männiken? Na toll. Ey. So. 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 Mein Gott. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was soll ich hier genau platt machen? So, jetzt kommen hier irgendwo Verschärkungen. Ah, ein Hubschrauber. Bestätigt. Ja, toll. Was soll ich jetzt mit dem Hubschrauber? Verstehe ich nicht. Was soll ich jetzt mit dem Hubschrauber? In Ordnung. Was soll ich jetzt mit dem Hubschrauber? Was soll ich mit dem Hubschrauber? Hä? Leute, das verstehe ich gerade echt nicht. Was soll ich mit dem Hubschrauber? So. Alter Schwede. Der kommt aber gerne mit seinem Männiken jetzt angeschissen hier. So. Putz. Putz. Nein. Ach. Ah. Okay, verstehe. Aber wann kriege ich... Ah. Ich hab's. Ich hab's, Leute. Ich glaube, wenn ich das Radar platt mache... Ich verstehe schon. Wenn ich das Radar platt mache, dann kommt da ein Hubschrauber. So. Jawohl, in Ordnung. So. Genau, wenn ich das Radar platt mache, ne? Oder was? So. Die Männiken, die brauche ich, ey. Wurz. 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 So. Ne. Dann nochmal. So. Und hier, zack. Ach, Mann. Kleiner Feigling, ey. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt kommt mal her, hier. Bestätigt. So. Dann gehen wir da hoch. Machen wir das Radar platt. So. Äh, gut, dann. Ne? Hä? Immer noch nicht. Warum dat denn? Warum dat denn? So. Hä? Hä? Jawohl, Sir. Nu? In Ordnung. In Ordnung. Ja? Alter Schwede, der mit seinen Männiken. Jawohl, Sir. Ja, kann ich schon wieder vergessen, eigentlich. Jawohl, Sir. Kann ich schon wieder vergessen. Jawohl, Sir. Einheit, voll. Kann ich schon wieder vergessen. Leute. Hä? Das ist so eine komische Vision, ey. Alles so komische Dinger hier gerade. Ich verstehe auch nicht, was da... So. Leute. Jetzt hier, hier. So. Putz. So. Die Männiken, die brauche ich noch. So. Dann. Welches Gebäude muss ich denn platt machen, damit der Träger einsetzt? So. Das könnte auch der Bauhof sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauche ich die. So. Könnte wie gesagt auch der Bauhof sein, ne? Ich stelle mal einen Flammenpanzer mal da hinten. So als Verteidigung. So. Genau. Ah, richtig. Genau. So. So. So, perfekt. So. Und hier. Nein. Puh. So. Okay. Die Artillerie, die brauche ich hier. Die brauche ich nämlich hier. Batz. Batz. So. Gut. Und bumm. Weiter platt machen. So. Jetzt kommt er mit seinem scheiß Manikin da oben. Hm? So. Und putz. So. So. Äh. So. Geil. Perfekt. So muss das laufen, Leute. So muss das laufen. Gut. Dann weiter hier alles platt machen. So. Die Flammenpanzer einfach geschickt einsetzen, ey. So. So, Leute, dann. Kann er jetzt mit seinem Grenadierscheiß da oben noch ankommen? Ist mir egal. Wirklich. Ist mir egal. So. Oh nein, 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 nein. Schieß doch drauf da. Boah. Oh, das war knapp. Der war knapp, ey. So. So, Leute. Dann weg mit dem. Weg mit dem. Ui. Dann fahren wir ein Stückchen weiter. So. Und dann lauf ich an dem vorbei. Ja. Ist auch okay. So. Dann. Und da auf die Radarzentrale. So. Leute, meine Güte. Wie viele Einheiten hatten der noch? Der musste irgendwann mal ausbluten. Das wird auch wieder eine längere Folge. Boah. Boah. So. Die Schüsse sitzen. Von denen. So. Wie viele Wenigen wird der noch bauen? Boah. Jetzt habe ich doch mittlerweile echt vieles platt gemacht hier. Oh. Der kann sogar so weit schießen. Das ist gut, Leute. Boah. Das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Und. Und bam. Ja. Nö. Ich werde es nicht noch von dem platt machen lassen. So. Perfekt, Leute. Perfekt. Der baut da immer mehr irgendwelche Kacke hier. So. Äh. Gut. Ich habe die Basis gefunden, Leute. Speichern. Mission 10. Und. Wie gesagt. Ich hoffe ja. Abduls Haus. Interessant. Ich hoffe ja wirklich, dass... Ich hoffe ja instindlich, dass wir das jetzt hier bald mal schaffen. So. Muss ich doch alles hier platt machen, oder was? Warum kommt der Träger nicht? So. So. Muss ich anscheinend echt alles platt machen erst mal. So. Dann. Und einmal drüber fahren, oder keine Ahnung. So. Lass den Flammenwerfer das machen. Verstetigen. Jawohl. Reche auf. So. Äh. Okay. Auch nicht schlecht. Gut. Dann. Wo ist... Da kommt doch mit dem Panzer an. Jawohl, Sir. Nein. 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 Was will denn der Panzer? Jawohl, Sir. Kein Problem. Shit, Mann. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche auf. Verstetigen. So. Reche auf. Oh, Mann. Verstetigen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, toll. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich wieder Probleme. Ja, toll. Jawohl, Sir. Nur wegen diesem scheiß Panzer. Wo kommt der Panzer her, ey? Wann kommt der Trigger? Das verstehe ich nicht, Leute. Wann? Wo bleibt der Trigger? Hier unten sind da auch noch welche. Breche auf. In Ordnung. Verstärkung. 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 Breche auf. Gut, aber ich muss ja jetzt irgendwie... Gut. Soll ich das speichern? Ich speichere das mal unter Mission 10.0.2. So. In Ordnung. All die Manneken. Ja, keine Ahnung. Die sind fast leer. Breche auf. Das ist ja der Scheiß. Die sind fast leer. Ja. Und der hat da oben jede Menge Grenadierer. Und die kommen natürlich alle auf einmal. Ja. Ja, toll. Gut. Spielladen. Ach, Leute. Verdammt. Okay, Leute. Da die Folge eh schon voll ist, würde ich mal sagen, wir lassen was dabei. Das Ende von der Mission sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, dann würde ich mal sagen, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und lasst die Glocke drücken. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.